hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft im zwergenreich so ja in der letzten folge haben wir schon ein paar sachen erstellt und jetzt müssen wir mal hier gehen wir mal auf unseren wehrgang ein bisschen licht da es dunkel wird so zack das können wir mal zu machen wir brauchen unsere treppen unsere treppen unseren zaun den werden wir jetzt schon mal hier ein bisschen rum bauen und er kommt hierhin nein das wollte ich nicht so leute wie hatte ich denn dass ich mal kurz selber überlegen zack zack so muss das doch funktionieren ich glaube wir brauchen jede menge mehr so zack dann machen wir schon mal das dann gehen wir mal auf der seite hier direkt weiter dann kommen wir hier nicht mehr hoch ne ok dann machen wir den einer vorne gleich nochmal weg zack so zack so haben wir schon mal ein bisschen immer ein bisschen formen das ganze hier so zack zack eins zwei drei wir wollen ja auch was sehen zack zack na Mist verbaut wieder wird sagen kriegen wir es wieder so müssen wir hier eigentlich was bauen ach wir ziehen es einfach mal her und gucken so zack da haben wir schon mal so das ist schon mal schön jetzt gucken wir mal 1 2 3 4 jetzt habe ich auch keine männer ok lassen wir es erstmal haben wir hier schon mal wieder ein bisschen was geschafft so und jetzt leute wir sagen wir haben uns einfach mal weiter in unseren wehrgang ein zu unserem nächsten turm zack 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 ich wollte mal das gucke ich gleich mal oder moment ok passt tschuldigung Leute ich wollte nur mal was kurz gucken so steine ich weiß es auch nicht wie hells für euch ist deswegen machen wir hier mal ein paar fackeln hin mhm so zack so jetzt gehen wir noch mal ein weiter aber wir gehen ruhig noch mal zwei weiter hier kriegen wir gleich noch mal schön bruchstein den brauchen wir brauchen jede menge stein so den letzten so haben wir das so und jetzt bin ich mal kurz am überlegen tatatata so ab hier fangen wir dann mit treppen an kohle das ist sehr schön so dann müssen wir hier die frage hier kommen die treppen hin hier können die nächsten treppen dann hin sehr schön die kohle baum auf jeden fall mal ganz ab denn kohle brauchen wir immer bevor ich es vergesse zack eine fackel so und sehr schön das ist jede menge kohle sehr schön so was können wir jetzt mal mit machen wir das mal mit erde zu das reicht zack 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 so hier kommen stufen da kommen stufen dann geht es hier weiter hier kommen auch wieder stufen müssen wir das jetzt hier weg machen so zack 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 so ein bisschen verwinkelt jetzt gehen wir dann hier weiter dann hoffe ich wir kommen da raus wo ich rauskommen will hier machen wir noch mal zu das geht noch so zack 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 nächste stufen reihe ich mache mal ein bisschen licht hier ins dunkle jetzt muss ich mal kurz überlegen zack das auch noch weg warum ist hier gras sind wir schon fast oben machen wir das jetzt so zack wir hören schon ein schaf gucken wir jetzt mal wie weit wir entfernt sind von der oberfläche es regnet so treppe 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 genau und so zack 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 sehr schön licht wir dürfen kein nicht vergessen so und ich hoffe wir sind jetzt auch noch da wo ich sein will mal ein bisschen hier was wegnehmen das kann auch noch weg so und wieder eins höher so aber langsam müssen wir ja mal an der oberfläche kommen ein licht sehr schön da sind wir an der oberfläche so wie es haben wollte aber ein zu früh so hier haben wir die treppe genau hier haben auch noch mal hier müssen wir jetzt noch was wegnehmen hier müssen wir auch hier ist noch mal einen wegnehmen gut hier können wir keinen wegnehmen zack so dann guten tag scharf genau ja das passt doch scharf scharf geh weg tschüss zack geh weg so dann wollen wir die nochmal wegkloppen sehr schön dann haben wir hier den Wehrgang können wir gleich mal ein bisschen vergrößern so hier können wir auch noch mal eine Reihe rein nur zack 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 so haben wir hier schon was große das passt so leute dann machen wir das mal gleich weg hier moment jetzt mal kurz gucken ein rum da muss ich gleich mal selber kurz gucken hier zack 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 das kommt weg sehr schön das passt sehr schön das passt wenn wir gleich mal weg zack 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 und das kommt hierhin hier können wir gucken und misst wir müssen ein größer werden kein problem wenn man halt einfach ein größer das kommt auch weg so das kommt weg sondern zwei so und so auch einer hin so zack 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 das haben wir machen wir mal da, machen wir mal drei hoch so dann können wir gleich mal den Bohnen hier auch richtig machen so und zack 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 haben wir das so dann den Stein auch gleich weg der ist richtig so oder wollen wir das so lassen hier wir machen das glaube ich nochmal alles ein runter ja wir machen das alles nochmal ein runter dann passt das auch viel besser mit der Treppe zack das alles weg nochmal dann genau das müssen wir hier auch noch weg dann kommt die letzte Treppe hier rein ja die letzte Treppe kommt hier hin dann passt das das kommt weg oh hier schneit es aber auch so zack 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 Ich hasse es, wenn ich mich verbaue. Und der muss auch hier rein. Und der muss da rein. Dann kommt ihr einen runter. Dann haben wir hier drei. Du kommst einen runter. Ihr müsst auch noch mal gewechselt werden. So. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Sehr schön. Et, 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 et. Machen wir das gleich so. So. Das lassen wir noch mal schnell. So, irgendwo muss ich hier auch hoch. Nein. Du kommst weg. Du kommst auch da. Du kommst hier. Och, dieser ganze Schnee hier. Der ist echt ätzend. So, zack, zack, zack. Wie hatte ich das denn? Ich muss mal kurz überlegen, Leute. Da, 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 da. So hatte ich das. Okay. Dann können wir uns hier mal runtergraben. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Wir laufen noch mal runter. Gucken uns von unten an. So, zack, runter. Hier müssen wir noch mal kurz das eine wegmachen. Wo ist denn hier unser? Hier, dann kommen wir hier auch runter. So, und dann laufen wir mal. Da gucken wir mal unseren Verteidigungsturm an. Ja, das ist okay. Wir müssen das noch mal auf Stein ändern. Das müssen wir noch mal ändern. Ja, Leute. Aber der nächste Verteidigungsturm ist gebaut. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Verteidigungslinie noch weiter geht in unseren Zwergenreich, schaltet ein nächste Woche wieder. Oder? Doch, nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play Folge Minecraft. Ich danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.